Man darf nicht die Leute fragen, denen es eigentlich wehtun muss. Von daher, es ist völlig richtig, im Bankenbereich brauchen wir strikte Regulierung. Martin Hellwig, einer meiner vorgehenden Monopolkommissionen, hat ja gesagt, wir müssen hier wirklich drastisch darüber nachdenken, warum legen wir denen nicht eine Eigenkapitalquote von 30 Prozent auf. Das verursacht zwar richtig Schmerzen, aber das ist vermutlich wirkungsvoll. Und das ist eine einfache Regel, die können wir auch überprüfen, ob die eingehalten wird. Tatsächlich, zu dieser Regel habe ich noch keine Zustimmung aus dem ganzen Bankensektor gehört. Das heißt auch sicherlich, dass Kredite teurer werden würden. Aber die Frage ist ja nach den Gesamtkosten, die uns da aufgebürdet werden. Und die Bankenrettung haben wir ja gesehen, war auch eine extrem teure Angelegenheit. Also von daher fährt man dann mit solchen Regeln, die zwar kurzfristig auch kostschwilig sind, doch besser. Also im Bankenbereich habe ich den Eindruck, dass der Einfluss sehr, sehr groß ist. Wenn ich mit den, insbesondere wenn ich mit Ökonomen spreche, die da noch detaillierter drinstecken in diesem Sektor, die sagen mir alle, der Einfluss ist sehr groß. Man sieht es ja vielleicht auch durch ganz klassische Dinge, wie, dass die Geburtstagsparty im Bundeskanzleramt stattfindet. Das ist sicherlich für Betreiber einer, bleiben wir bei den Bäckereien, einer Bäckereikette nicht vorschulbar. Ist auch klar, der Bund muss sich finanzieren. Oder der Staat. Und dazu braucht er auch Banken, die ihm das Geld leihen. Es ist kein Wunder, dass wir überall Landesbanken haben. Weil das war immer ein traditionell einfacher Weg für die Ministerpräsidenten an Finanzierung zu kommen. Das hat, glaube ich, weniger was damit zu tun, dass das für die Bevölkerung an sich eine tolle Angelegenheit ist. Im Moment ist es sicherlich so, dass die Kosten einer Überregulierung geringer sind, als die Kosten einer Unterregulierung des Bankensektors. Also ich habe da relativ wenig Bauchschmerzen, wenn man jetzt sagen würde, dann irren wir uns jetzt mal auf der falschen Seite oder auf der anderen Seite. In der Vergangenheit haben wir uns auf der falschen Seite, der Seite der Unterregulierung geirrt. Dann lass uns jetzt mal lieber nächstes Mal auf der anderen Seite irren. Das mag das Wachstum ein bisschen beschneiden. Das mag die Kreditvergabe teurer machen und die Refinanzierung. Aber es wird sicherlich nicht zu einem plötzlich ausbrechenden, gewaltigen Chaos führen, so wie die Unterregulierung von Banken das hervorgebracht hat. Also die Kosten sind weniger spürbar, sage ich mal, weil, sagen wir im extremsten Fall, wir hätten ein Prozent weniger Wachstum. Das wird den Leuten zumindest kurzfristig nicht so wehtun wie diese Turbulenzen, die wir jetzt hatten. Auch Stieglitz war ja Präsident der Weltbank, der immer wieder hingewiesen hat, auch die Probleme. Märkte können Informationen häufig nicht effizient verarbeiten. Dafür hat er unter anderem den Nobelpreis auch gekriegt. Auch da gab es schon Bewegungen, die immer gesagt haben, man kann nicht alles den Märkten überlassen. Insbesondere eigentlich nicht den Finanzmärkten, weil die sehr stark von Informationen getrieben werden. Aber es ist auch schon klar, dass Informationen nicht immer effizient verarbeitet werden können. Das ist schon ein Problem. Es ist aber auch völlig richtig aus meiner Sicht, dass das in der Politik nicht angekommen ist. Vermutlich aus zweierlei Gründen, weil die Ökonomen, sozusagen die Akademischen, sich nicht genug Mühe gemacht haben, das zu vermitteln. Und immer wieder auch die Botschaft versucht rüberzubringen, sondern man sich so ein bisschen unter so einer Käseglocke mit sich selber beschäftigt hat. Ja, aber zum anderen vielleicht auch, weil man in der Politik nicht durch solche Botschaften gestört werden wollte. Also das ist ja häufig so, man kann da sicherlich nicht sagen, die Ökonomen waren schuld, weil sie der Politik das nicht häufig genug erzählt haben. Oder die Politik war schuld, weil sie nicht auf die Ökonomen gehört hat. Sondern ich hatte den Eindruck, dass in manchen Bereichen so ein gegenseitiges Desinteresse vorhanden war. Ja, die Politik hat sich nicht besonders für die Ökonomie interessiert und die Ökonomie nicht besonders für die Politik. Und das ist schon ein großes Problem, glaube ich, für das gesellschaftliche Zusammenleben. Wenn man die Ökonomie völlig ignoriert, dann ist sie nicht weg, sondern bricht dann einfach eher vor. Ja, und das kann dann, das sehen wir jetzt an der Euro-Krise, also dass das eine Fehlkonstruktion war, das haben Ökonomen schon eigentlich immer gesagt. So wie der Euro nur. Helmut Kohl hat damals gesagt, der Euro ist keine ökonomische Veranstaltung, das ist eine politische Veranstaltung. Ist gut, wenn man dann die Ökonomie ignoriert, dann funktioniert es eben nicht, dann ist sie nicht weg. Ja, bricht dann eben, dann hat man das Problem zehn Jahre später. Also in den USA ein Vorteil, den ich da sehe, ist, dass die Politikberatung durch Ökonomen besser institutionalisiert ist. Ja, wenn man der Chief Economic Advisor wird, dann geht man tatsächlich raus aus dem Universitätsbetrieb und macht das zwei Jahre oder eine ganze Zeit lang und dann wieder zurück. Bei uns sind das ja alles mehr oder weniger Nebenjobs, nicht? Also die Monopolkommission ist ein Ehrenamt. Dafür bekomme ich von meiner Universität zwei Stunden weniger Lehrverpflichtung. Und der Sachverständigenrat ist auch ein Ehrenamt. Man ist nicht wirklich voll drin im politischen Prozess. Und von daher wird die dann so nebenbei gemacht, die ökonomische Beratung. Da könnte man, glaube ich, auch einiges verbessern. Im Bereich der Lehre ist es, das ist witzigerweise schwieriger geworden, das heute zu implementieren, als es in der Vergangenheit war. Ja, und jetzt will ich nicht hier wieder in dieses klare Lied der Bologna-Reform einstimmen, aber das ist dummerweise zum Teil so. Ich muss ein Jahr vorher die Inhalte meiner Vorlesung bekannt geben durch die Modulhandbücher und auch genau die Prüfungsform festlegen. Und die Prüfungsform darf nur eine einzige Prüfung sein. Sie kann sich zum Beispiel nicht aus mehreren Leistungen zusammensetzen wie die mündliche Beteiligung, weil das die Kultusministerkonferenz nicht will. Die will, dass nur eine einzige Prüfungsleistung erbracht wird. Und das behindert mich natürlich total in sowas wie zu sagen, ja, ich mache eine rein diskursive Veranstaltung, wo dann nicht am Ende eine Klausur steht, ja, sondern wo dann sozusagen aus verschiedenen Leistungen ich mir ein Gesamtbild sozusagen mache und eine Note verteile. Ich habe immerhin, als ich noch in Bochum war in Nürnberg, habe ich immer so ein sogenanntes, das habe ich mal mit meinem früheren Chef übernommen, ein Kolloquium für Irre angeboten. Das Kolloquium für Irre, das war so, dass ich habe gesagt, okay, wir treffen uns einfach dienstagsabends, wir lesen jetzt zusammen ein Buch, ja, so ein Ökonomiebuch und dann diskutieren wir das einfach. Und ich habe gesagt, das ist für Irre, weil es ist garantiert, Examen ist irrelevant und Sie bekommen keinerlei Credit Points dafür. Ja, Sie haben Arbeit und das Einzige, was Sie haben, ist ein Erkenntnisgewinn. Ja, aber es gibt immer Leute, die sagen, okay, das finde ich spannend, ich komme. Ja, aber das ist natürlich auch so, wenn es keine Credit Points gibt, kann ich das auch nicht auf einem Lehrdeputat. Dann ist das also für mich meine Freizeitgestaltung. Kann ich nicht sagen, das ist Teil der universitären Lehre, sondern ein Hobby von mir, dass ich das so mache. Und dann mache ich das, weil ich das gut finde, dass man das so macht. Ja, aber das zeigt so ein bisschen die Defizite dieser Überreglementierung, dass hier solche Formen gesagt wird, also wenn Sie sowas machen wollen, dann ist das Ihr Privatvergnügen. Sozialpolitik ist unheimlich wichtig, das wird von manchen Ökonomen, glaube ich, manchmal ein bisschen falsch eingeschätzt, dass man so tut, dann werden, es ist richtig, natürlich werden den Leistungsträgern irgendwie Früchte weggenommen, weil sie abgeben müssen, aber es sorgt natürlich auch dafür, dass wir eine Gesellschaft haben, die doch sehr stabil ist. Irgendwie, ja, wo, das, also jeder weiß, es wird, sollte eigentlich, es gibt eine Chance mitgenommen zu werden, ja, wenn, wenn, auch wenn es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt, gerade was Aufstiegschancen natürlich aus bildungsarmen Schichten in neuere, da gibt es so ein Bildungssystem, also gibt es sicherlich viele Verbesserungsmöglichkeiten, die es noch gibt. Man muss auch aufpassen, dass man den Arbeitsmarkt, also da jetzt nicht zu viel kaputt macht in dem System, was wir hatten, aber, also ich habe da jetzt, ich glaube in Deutschland ist es, leben wir unter sehr, sehr guten Bedingungen tatsächlich und wir haben eine ganz, im Großen und Ganzen eine ganz gute Balance von Staat und Markt gehabt und das muss man jetzt auch aufpassen, dass man nicht jetzt, weil die Finanzmärkte verrückt gespielt haben, jetzt müssen wir überall den Staat injizieren. Ja, das hat ja in den meisten Branchen auch ganz gut, also, ganz gut geklappt, nur die Finanzmärkte, also eigentlich waren es ja nur die Finanzmärkte, wo es richtig schief gelaufen ist und das war der Riesenfehler, muss man sagen, aber das darf man jetzt nicht, ich bin auf vielen Tagen und dann sagen die, ja, sehen wir, das hat ja bei den Finanzmärkten nicht geklappt, jetzt müssen wir die Energiebranche komplett durchregulieren, jedes, was weiß ich, die Anstaltzeiten, jedes Kraftwerks oder keine Ahnung was, ja, würde ich sagen, also, da muss man dann auch differenziert argumentieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017